das war russisch und heißt nichts anderes als hallo mein name ist ludmila pieters hofmann wenn sie russisch lernen möchten kann ich ihnen hier an der vhs in bonn gerne dabei behilflich sein ich bin in kasachstan geboren und habe damals noch mit diesen büchern russisch gelernt sie lernen heute mit der atlitschner reihe aus dem huber verlag meine mutter ist russin und hat mir quasi die liebe zur russischen sprache in die wiege gelegt und ich hoffe doch sehr dass ich ihnen diese freude und begeisterung für diese sprache weitergeben kann dass sie am ende auch mitreden können und sich selbst auf russisch vorstellen können und vieles mehr ich freue mich auf sie